Durch die Zusammenarbeit mit der A&M haben wir unseren Umsatz um fast 300.000 Euro steigern können. Wir haben zwei neue Mitarbeiter eingestellt, die sich auch mit unserem Betrieb identifizieren, die das gerne machen und wir haben unseren Umkreis der Arbeiten fast verdoppelt. Mein Name ist Felix Huber, ich bin Geschäftsführer der Rolladen Huber GmbH mit Sitz in Pirmasens. Das Unternehmen wurde 1919 gegründet, ich leite es jetzt in der vierten Generation. Unsere Tätigkeiten beziehen sich auf Herstellung, Montage, Service, Reparaturarbeiten von Rollläden, Markisen, Fenstern, Terrassendächern, das ganze Produktportfolio der Rolladen Sonnenschutztechnik und momentan haben wir sechs Mitarbeiter. Die Herausforderung, bevor wir mit der A&M zusammengearbeitet haben, war einfach den Umkreis unseres Unternehmens zu erweitern, neue Leute anzusprechen, das ganze Produktportfolio nach außen zu zeigen, neue Kunden mit unseren Produkten zu überzeugen, das fiel uns am Anfang oder vor der A&M sehr schwer. In dem Fall war es dann halt wirklich, wie zeige ich nach außen, was wir alles anbieten, was kann ich meinem Kunden dementsprechend anbieten, wenn er mal etwas weiter weg ist vom Standort. Durch die A&M fiel das Ganze eigentlich viel leichter, weil diese Außendarstellung von ihnen gut geleitet wurde. Die A&M hat mich eines Tages kontaktiert. Ich wurde angerufen, wurde gefragt, ob ich Online-Marketing benutze, ob ich das System kenne. Ich wurde gefragt, ob wir mal einen Termin vereint waren für eine Videokonferenz. Nur mir wurde das ganze Schema, das Produkt, die A&M an sich, wurde mir vorgestellt. Das Strategiegespräch war von Anfang an sehr zielstrebig und professionell. Fragen, die Antworten, es war alles genau auf mich abgestimmt. Mir wurden Beispiele aus unserer Branche genannt, mir wurden Beispiele aus anderen Branchen genannt. Daraufhin konnte ich mir schon ungefähr ausarbeiten, was möchte ich, wo können wir hinkommen. Die Fragen waren auch dann am Anfang gleich so, was möchtet ihr erreichen, wo möchtet ihr hin. Und daraufhin haben wir dann die Zusammenarbeit durchgesetzt. Der Ablauf und die Zusammenarbeit mit der A&M funktionieren einwandfrei. Wir haben ständig Kontakt. Wir telefonieren regelmäßig. Wir tauschen uns aus. Es werden Fragen von unserer Seite direkt beantwortet. Die Werbung läuft ununterbrochen durch. Der Ansprechpartner, den ich habe, kümmert sich. Er stellt mir Fragen, was möchte ich verbessern, was können wir ändern, damit du glücklicher bist. Immer wieder diesen Kontakt, den finde ich immer toll. Anfangs waren die Einwände. Natürlich das neue Medium, das benutzt wird, um die Marketingstrukturen, die das Unternehmen so in der Form natürlich nicht kannte, umzusetzen. Dann war es natürlich für uns auch ein Kostenfaktor. Aber von Anfang an wurden wir von der A&M sicher betreut, professionell unterstützt. Es hat anfangs natürlich dann gleich gefruchtet und unsere Einwendungen waren dann gleich auf Null gesetzt. Ich habe die Dienstleistung der A&M vorgezogen, weil wir einfach auf dieses moderne Medium setzen möchten. Wir möchten nicht mehr nur Flyer verteilen, Zeitungsannonsen schalten. Und zudem spart es uns erheblich viel Zeit im Umgang mit unseren Kunden, da die A&M für uns natürlich auch schon die Kampagne vorbereitet. Sie entwirft alles, wo man einfach im kleinen Betrieb wenig Zeit dafür hat, das Ganze umzusetzen. Durch die Dienstleistung der A&M habe ich einfach meinen Umkreis erheblich steigern können. Den haben wir fast verdoppelt. Wir konnten jede Menge Neukunden generieren. Die ganze Marke, unser Name wurde sehr viel bekannter durch die A&M. Wir konnten jede Menge neue Produkte vorstellen. Das ist uns immer sehr schwer gefallen, durch unseren Namen diese ganzen Produkte, was den Sonnenschutzfaktor angeht, nach außen zu zeigen. Das wurde uns durch die A&M einfach viel erleichtert. Am meisten überrascht hat mich die Professionalität der Werbung, der Anzeigen, der Kontakt mit den Mitarbeitern von der A&M. Sie sind stets immer da, wenn ich Nachfragen habe. Das macht einem einfach glücklich, wenn man in guten Händen ist. Natürlich ist es auch schön, dass die Umsatzzahlen so gestiegen sind. Und diese Professionalität, die die A&M an den Tag legt, das macht einfach Freude, wenn man da so eine Zusammenarbeit hat. Ich habe die A&M mehrfach weiterempfohlen. Meinen Kollegen aus anderen Branchen, habe denen natürlich erzählt, dass die Umsatzsteigerung enorm ist. Ich habe denen erzählt, dass man professionelle Werbung auf allen Kanälen schalten kann, die man alleine natürlich nicht hinbekommt. Ich habe die Marktbekanntheit des Unternehmens repräsentativ nach außen darzustellen. Das übernimmt alles die A&M für uns. Meinen Kollegen habe ich nur Gutes über die A&M erzählt.